Kinofirmen haben meist ein Happy End. Dass das auch in der Realität zutrifft, dazu kannst du beitragen. Lass dich typisieren und hilf anderen ein glückliches Leben zu führen. Blutkrebspatienten hoffen auf ein Wunder. Dafür brauchen sie dich. Ein Menschenleben retten, kleiner Aufwand, starke Wirkung. Mit dieser Aktion zeigst du ein großes Herz. Leukämie ist die häufigste Krebskrankheit bei Kindern. Lasst uns für sie kämpfen. Komm ins Team der Lebensretter. Schönere Siege gibt es nicht. Fokus auf Menschen ist ein großer Teil meiner Arbeit. Aber wenn es um Blutkanzer geht, ist der Fokus nicht mehr auf einer einzigen Person. Zusammen sind wir stark und haben die Chance, die Leben zu retten. Geht tief und become a Stemsel-Dohr. Als Fußballprofi erlebe ich täglich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung im Team sind. Blutkrebs können wir nur gemeinsam besiegen. Also registrier dich gleich morgen.